Und es staut sich wieder, wie es ausschaut, oder wie? Was ist gleich los? Ja, ja, lasst es stehen, geht es weiter? Geht es doch, was habt es denn? Lasst euch von der Polizei nicht einschüchtern. Das nennt man keinen Demonstrationszug, wenn man es sich unterkriegen lässt. Ich gehe nach vorne, dass ihr es noch wisst, ich zeige euch einmal, wie das geht. Man nimmt die Füße an, nacheinander nach vorne und geht einfach. Falsche Richtung! Das sind unsere Hürden. 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 Das sind unsere Hürden.